ja hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft am pc jetzt hängen sich vor einige was macht denn der brennt da nein erstmal im voraus ja natürlich geht die pocket edition immer noch weiter und die wird auch überhaupt nicht dadurch beeinflusst da ich immer noch die pocket edition bevorzuge das ist einfach das beliebteste projekt so auf meinem channel sag ich mal bei jetzt man ja auch gar nichts anderes gibt aber so halt jetzt so vom allgemeinen her wenn ich das so mit den anderen videos vergleiche und trotzdem haben sich ja auch einige gewünscht dass ich mal microsoft am pc spielen soll und richtig let's playen soll ich weiß das machen schon tausend andere wir sind im jahr 2015 schon fast 2016 trotzdem eine neue welt ja mir ist das ehrlich gesagt egal wenn zuschauer von mir ob es jetzt zwei 200 2000 oder was weiß ich wie viele sind wie gesagt oder es nur zwei ich weiß nicht waren glaube ich nur so zwei drei leute oder so die mir mal geschrieben haben jetzt macht mal mal doch mal pc manche auch wieder weiter ja ja habe ich mir so gedacht trotzdem es wollen ja leute auch ein bisschen was wieder am pc sehen und wenn ich mal so die zeit hat nehme ich auch einfach mal mein kopf am pc auf und ja ich weiß ich bin mir selber bewusst dass es schon tausende pc das place gibt und das ist jetzt überhaupt nichts besonderes eigentlich ist aber trotzdem ich habe auch mal wieder lust das außer nebenbei zu spielen ich habe ich werde eine neue welt anfangen weil die alte ich muss ehrlich gesagt zugeben ich weiß nicht wo die ist die habe ich irgendwo in irgendwelchen backups oder so ich habe in der zwischenzeit schon so auf meinen rechner neu installiert und natürlich wie gesagt die pocket edition geht ganz normal weiter wird überhaupt nicht davon beeinflusst und wie gesagt wenn euch dieses letztendlich gefällt könnt ihr auch einfach weiter die pocket edition schauen aber trotzdem wollte ich das jetzt auch mal so nebenbei machen und ja ich spiele erst mal mit spax 256er pack 512 aber keine ahnung geht bei mir wenn ich richtig ruckel 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 und so und natürlich kann ich noch wechseln das pack und ich hoffe dass das play gefällt euch trotzdem hoha das ist aber auch schon wieder ein bisschen her und zwar würde ich mal sagen überleben und das nennen wir jetzt einfach mal staffel 4 ich nenne es einfach mal lp staffel 4 also jetzt so am pc halt weil das ist jetzt schon die vierte staffel ich muss ganz ehrlich sagen ich habe irgendwie gar nicht so viel lust die alte weiter zu spielen selbst wenn ich die map finden würde bonus tun machen wir einfach mal an ich meine cheating ist das nicht das ist eine funktion hier in mein scharf welttyp standard nehme ich einfach mal bohrwerke generieren an weil der vor tempel fest tun können ist nicht schlecht cheats erlauben das wollen wir nicht wobei für notfall man weiß ja nie wenn mal irgend eigentlich kann nicht sein aber cheats kann man sowieso wieder erlauben wenn man land startet und dann sagt so hey pass auf ja hier dann kann es nämlich auch cheats an machen also können wir es auch erst mal ausstellen und zieht gebe ich mal nicht ein den dass ich einfach mal lernen wir lassen uns einfach mal überraschen juhu mensch jetzt bin ich aber mal gespannt ich habe so lange kein meinsthoff am pc mehr gespielt und ich hoffe man hört jetzt nicht die tasten so wenn ich hier tippe wahrscheinlich hört man das total laut das problem ist einfach mein mikrofon steht nämlich genau neben der tastatur und ich kann das hier alles nicht anders hinstellen das ist hier mit dem schreibtisch alles so wie soll ich sagen es ist schwierig halt und ja wir spielen in der meinsthoff version 1.8.8 und nur mit optifine unter dem texture pack oder resource pack shader habe ich jetzt noch nicht installiert weil ich weiß gar nicht geht das mit 1.8.8 schon keine ahnung und ja während er die welt generiert ich sollte mal ganz kurz noch mal vielleicht ins menü gehen und noch mal ganz kurz schauen wie wir eigentlich unsere grafik ein wir spielen auf normal übrigens ist ja wohl klar ja schön und hast du nicht gesehen und so weiter so wird das alles eingestellt 32 extreme sollte eigentlich kein problem sein hoffe ich doch zumindest mal auch mensch wir haben direkt eine wüste dann aber ich würde mal sagen wir gehen ein bisschen weiter wo ist denn unsere bonustruhe hin wir haben doch gesagt dass wir eine bonustruhe haben wollen wo ist sie hin ich verstehe es gar nicht die bonustruhe sehe ich nicht vielleicht übersehe ich sie auch vielleicht seht ihr die bonustruhe ja keine ahnung wie sieht das mit der framerate aus hier 60 fps ist doch alles perfekt gut dann würde ich mal sagen wir werden sofort beginnen aber ich weiß nicht wo wollen wir eigentlich einen server spot erstmal ein bisschen erkunden würde ich sagen weil hier direkt muss das doch glaube ich nicht unbedingt sein oder ok von 32 extreme sehe ich da jetzt eigentlich nichts so richtig wo ist das holz denn jetzt hingefallen hä ich bin jetzt bescheuert ich habe doch gerade holz abgebaut oder ist das noch so dass die map immer noch irgendwie ja toll fängt schon gut an irgendwas wie sieht das denn aus mit dem ram 1 gb von 6 gb werden verwendet aber irgendwie scheint das noch hier alles rum zu baggen ist ja schon wieder ein toller start das ist halt die 1.8 bei mir läuft sie als lief sie noch nie rund also immer gab es irgendwelche probleme kann ich den erde abbauen auch nicht ja witzig toll scheiße dann würde ich mal sagen ich stelle mal die sichtleute auf 16 runter das ist ja glaube ich so das normale fahr also weit aber trotzdem fertig kann heute toller start toll schön gefehlt ja was willst du machen es funktioniert einfach nicht kann nichts abbauen ist toll das ist die 1.8 liebe leute bei mir funktioniert einfach gar nichts mit der 1.8 ich weiß nicht wieso ich werde mal ganz kurz wahrscheinlich den cut rein machen und einfach mal schauen ob ich irgendwie den fehler finde weil fängt schon gut an ja wir sehen uns gleich wieder ich mache jetzt erstmal einen kurzen cut hier drin bis gleich leute bis jetzt auch schon weiter ich habe einfach nochmal habe ich auch die helligkeit die stelle ich mal auf hell weil ich sehe hier bei meinem monitor immer gar nichts ich bin jetzt einfach nur in die map reingegangen habe mal kurz die add up gebaut hat funktioniert ja keine ahnung irgendein fail war da ja gut haben wir mal ganz kurz ein whatsapp gelesen so jetzt geht es auch schon los boi gefällt oh mein gott brand spiel wahrscheinlich denken sich jetzt einige bist du bescheuert weil auf dem pc ich meine wie gesagt pocket das wird natürlich nicht unterdrückt und pc es gibt so viele let's plays und das ist nun eigentlich auch schon sehr alt sage ich mal also mein schafft gibt schon sehr lange und eigentlich ist das ja gar nicht mehr so innen am pc glaube ich zu spielen aber ich meine es haben sich welche gewünscht und ich habe einfach mal bock mal wieder so ein bisschen da zu spielen ich pflanze mir den setzling an jetzt schauen wir mal da ist ja schon ein tempel erstmal sollten wir uns einen kleinen mini unterschlupf bauen würde ich mal sagen ich sehe mal zu dass ich hier schon mal eine werkbank schaftel ich habe übrigens meinen gelben schaf wieder als skin ich weiß nicht ob sich einige die meinen kanal länger verfolgen ob sich da einige noch dran erinnern können keine ahnung und ja erstmal ein schwer das ist ganz wichtig falls es nacht wird und wir noch keinen unterschlupf und nichts haben eine axt wäre nicht schlecht zack und ach so das ist ein schwert das ist ja verkehrt toll hier zack eine schaufel und dann noch eine spitze würde ich mal so sagen zack zack und ja da haben wir sie auch schon perfekt so na hun was willst du denn werkbank nämlich erstmal wieder mit und dann werden wir sehen noch ein paar bäume verhindern wenn wir uns erstmal einen kleinen unterschlupf bauen würde ich mal so sagen wir können eigentlich auch da hinten hin da sieht das auch irgendwie nice aus aber ich glaube ich stelle jetzt doch mal wieder hier auf extrem vielleicht lädt das ja jetzt auch keine ahnung weil es wäre schon nicht schlecht wenn wir noch ein bisschen mehr sehen würden so ich nehme noch ein paar bäume ach da ist auch unsere bonustruhe mensch hör auf jetzt ist sie da oder ich habe sie eben übersehen gleich mit einer steinspitzhacke das ist natürlich jetzt ganz geil muss man dazu mal sagen das ist echt geil sogar mit fackeln gleich wie nice ja da freue ich mich doch muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen dann nehme ich jetzt einfach mal eben ganz kurz hier so noch eine spitzhacke in die hand fackeln boh ich natürlich sofort ab und irgendwie trönen hier voll rum aber ist mir wo aus die truhe nehme ich natürlich auch mit so ich dachte toll so zack ach nee hör auf bitte nicht so manche ich verstehe nicht warum das so rumbackt hier keine ahnung ich spiele ja nur nicht pocket mein so ganz kurz mal im erde so weil erde brauche ich irgendwie immer wenn wir da jetzt müssen wir sehen jetzt müssen wir mal gucken wo kommen uns rein ich weiß da ist der tempel da gehen wir auf jeden fall noch hin jetzt muss ich erst mal schauen wo wir unsere bude bauen auf jeden fall werden wir hier nicht so eine große bude wie in der pocket edition bauen schafe geil und drei stück wir können uns ein bett schaffen geil das ist super also müssen wir die erste nacht noch nicht gegen monster kämpfen ja eh drei weiße volle das ist ja perfekt ich würde mal sagen ich schafte mir auch schon mal eben bett und ja wie gesagt mit dem tech shop her könnt ihr abstimmen welches ich da benutzen soll akazin holz möchte ich jetzt eigentlich sowieso nicht verbunden machen da eigentlich jetzt hier so drei und immer mache ich das verkehrt rum toll so nehme ich schon mal hier direkt hin und jetzt müssen mal sehen man könnte hier ein kleines mini haus bauen da hinten ist auch irgendwas aber wie sucht man denn jetzt noch mal an das ging doch mal mit optifern und mit steuerung oder nicht damit renne ich ja jetzt keine ahnung wie das funktioniert von wo kommen wir ich glaube wir kommen von hier man kann sich auch auf den berg ich weiß nicht ich weiß nicht mitnehmen damit wir noch ein bisschen futter hier kriegen wie viele schafe immer mal sind ja da könnt ihr auch mal eure mangel zu bitte in die kommentare schreiben wo waren wir wohnen wo wollen wir unsere wo wollen wir uns eine kleine bude bauen oder ich brauche mich weißt du was ich brauche mich irgendwo in den berg rein würde ich mal so sagen aber nicht hier dahinten ist glaube ich ein dschungel oder auch nicht keine ahnung ich muss das hier erstmal ein bisschen erkunden ein bisschen erstmal kunden also fleisch haben wir glaube ich wirklich genug auf der map muss man mal dazu sagen das sind ja kühe die schlachte ich schon mal ein bisschen weil einfach wir brauchen essen hier noch ein paar schafe die brauchen jetzt eigentlich nicht gibt uns auch schön essen schweine ja ist doch gar nicht mal so verkehrt ich würde mal sagen irgendwo da hinten hatte ich einen schönen also irgendwo da beim spawn hatte ich glaube ich einen schönen berg gesehen wo war das denn jetzt noch ich habe irgendwo da ist auch eigentlich ein nice berg da hinten auch ja ich würde mal sagen ich würde mal sagen ich würde mal sagen wir gehen wieder da zum anfang zum spawn hier hin und schon dass wir uns da irgendwo reinbauen ist mal die ganze kühe ich schlachte jetzt einfach mal damit wir genug futter haben sorry an alle tierliebhaber machen ja wird die zu machen die nehme ich auch noch mal mit wir brauchen fleisch na komm ich hoffe es passt vom sound herzuholen dass er nicht zu laut ist oder so und ich renne hier natürlich schon gleich weil ich meine auch mal mit dem alter werden wir voll viele tiere ist das geil so wie es reicht das war erst mal mit futter wollen wir jetzt schon zum tempel ich gehe jetzt mal schon zum tempel bevor wir uns hier eine kleine bude bauen ohne witz und da möchte ich mich in den berg reinbauen der da hinten ist ich hoffe es gefällt euch mit diesem texture pack und ich hoffe es gefällt auch noch einigen dass ich überhaupt noch am pc auch mal wieder so nebenbei noch zocke ist das jetzt sandstein ja das ist sandstein und mit der holzspitze abwohnen das natürlich geil in diesem ach hör auf da sind glaube ich fischer drin wie man hört da sollte vielleicht vorher mal was essen dann nehmen wir jetzt einmal hohes schweinefleisch ich meine warum nicht aber wie man sieht bringt das eigentlich gar nicht so viel toll so ein hühnchen noch und dann ist gut ich glaube ich mal spannend ich werde hier noch nichts ich bin jetzt vergiftet ja toll ich bin von wir sind vergiftet und war das fleisch mal nicht gut nein wir werden den tempel noch nicht wir werden den tempel in der nächsten folge oder so betreten ich erbaue mich jetzt erst mal ein klein bisschen im berg rein bisschen spannend machen sand können wir auch schon mal ein bisschen hier schaufeln für fenster wobei quatsch ganz ehrlich noch brauchen wir das ja gar nicht ich würde mal sagen wir machen das hier irgendwo da bei dem berg das würde ich echt sehr gerne ich würde mich hier wirklich gerne reinbauen in den berg ohne scheiß ist kein witz ich schau mal ganz kurz so wie wir das am besten anstellen wie geil hier möchte ich wirklich wohnen dass wir dann so das musste irgendwie hinkriegen das musste irgendwie hinkriegen ich würde mal sagen die erde hier nicht mal weg und das auch schon gleich kohle wie geil so dann würde ich mal sagen ich mache so wie in der pocket edition bei der alten staffel die vielleicht einige schon gar nicht mehr kennen wo die map kaputt ist und zwar werde ich da auch so eine kleine leiter nach oben erst mal bauen und dass wir dann von oben sind ist uns da irgendwo erst mal reinbauen erst mal so noch kein hausbauen sondern wirklich erst mal so weiter hat mich der schwein da schon erstmal einfach so ein bisschen dass wir da so ein bisschen ja eine kleine bude haben und wir haben auch schon ordentlich kies na hör mal so dann würde ich sagen hier könnte man nämlich leitern anbauen ich weiß das kohle die bombe irgendwann mal ab ich würde mal sagen ich schaffe jetzt schon mal leitern weil brauchen wir und so jetzt muss ich mal ganz kurz schauen wo haben wir denn so da ist unsere werkbank und ja pling 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 handy 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 so einmal brauchen wir eine wo es das akazine holz möchte ich sowieso eigentlich gar nicht mitbauen weil mir das ehrlich gesagt nicht so gefällt türen die eigentlich hätte ich bräuchte ich die jetzt ja noch nicht die tür nicht so leitern wie krank man die noch mal war das noch so ja das war noch so gut toll drei sticks noch und wir haben jetzt sechs leitern das sollte eigentlich erst mal reichen 456 ich meine ja reicht das schon von hier oder wollen wir noch ein bisschen höher wollen wir noch ein bisschen höher oder nee wir bauen uns jetzt einfach hier rein und gut ist dann haben wir haben wir so eine kleine bude und da oben kann man dann noch einen schönen pool oder sowas wieder aufbauen sowas was ich auch in der letzten in der p staffel zwei gemacht habe in der map die halt kaputt ist und noch mal so zur info damit ihr noch mal alle bescheid wissen natürlich wird durch dieses let's play jetzt nicht die pocket edition unterdrückt und wem dieses let's play nicht gefällt der bau ist ja auch nicht anzuschauen wollte ich nur mal so ganz kurz anmerken einfach nur so ja damit ihr bescheid wissen und dann hat man hier so einen kleinen ausstieg und würde ich sagen hier bauen wir eine tür rein und ja das wird auch so eine kleine einfach so kleinen unterschlupf wir erst mal drin haben dann brauche ich jetzt hier nämlich mal im sack eine akazin holztür ein toll das wollte ich eigentlich keine reichen holztür machen ich wusste jetzt gar nicht dass es die überhaupt schon gibt habe ich gar nicht mehr dran gedacht wir können auch mehrere stockwerke man da oben kommt man natürlich auch irgendwie aufbauen bruchsteine mal kurz hier so hin sagt und ja dann geht es auch schon los dass wir hier so ein bisschen uns reinbauen würde ich mal sagen und zwar mache ich das jetzt mal folgendermaßen ich baue jetzt einfach so ein zehn mal zehn jetzt einfach wir haben jetzt hier geht es nämlich los und zwar eins zwei drei vier und fünf und sechs und sieben und acht und zehn so am besten schon mal eben kurz eine fackel hin stehen damit ihr auch nichts entspannen also wie die fackeln aussehen mit dem texture pack hier weit geht glaube ich auch die sonne und da geht es ja vielleicht schon unter keine ahnung ich weiß jetzt gar nicht ich brauche ich auch mal eine fackel drüber dann wissen wir ja hier haben uns reingegraben mensch ist doch geil oder jetzt machen wir natürlich auch noch zehn also natürlich müssen wir diesen block hier mitziehen also eins haben wir schon mal zwei und dann geht es weiter drei und da hört ach du scheiße toll hat ja super geklappt mein plan aber wüsste was es muss auch nicht unbedingt symmetrisch sein ist zwar jetzt irgendwie scheiße so ganz ehrlich so habe ich jetzt glaube ich jetzt gar nicht wir können das auch mit kobels hier weiter aufhören ich bin auch so schlimm ist das doch gar nicht also wir haben jetzt hier 12 34 456 also noch mal 456 7 8 9 10 so perfekt und das ist dann halt alles auch noch bestandteil von unserem dinge hier jetzt geht aber die sonne unter ich würde mal sagen wir können ich lege mich mal hier rosten erstmal hin und wir können auch schon schlafen das gut da geht der mond auf dahinten ja mensch mal wieder meinschaft am pc ist ja mal wieder was ganz anderes aber ich meine es bringt auch mal wieder spaß obwohl ich ehrlich gesagt die pocket edition immer noch am liebsten spiele trotzdem bringt meinschaft am pc hat echt mal wieder spaß muss ich wirklich dazu sagen und das bett wohl jetzt auch mal wieder ab jetzt muss ich mal im grenzelt schauen und zwar müssen natürlich jetzt hier auch wieder ein bisschen was hochziehen so ach ich wollte gerade fliegen ich idiot so ach nee quatsch hier müssen wir ein bisschen was anbauen jetzt auch einfach mit stein ganz einfach zack 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 ja das wird ja auch ein bisschen mehr zubauen und so eigentlich müsste ich nur hier so also ich würde mal sagen wir machen so wie wieso noch ein höher hier alles zack 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 und vielleicht sollten wir auch erstmal eigentlich bevor ich diesen unterschloss schon anfangen zu brauchen vielleicht sollen wir auch erstmal ein bisschen eine höhle gehen dass wir schon mal ein paar rohstoffe rauskriegen weil ja so viel haben wir jetzt auch nicht mal steine sind jetzt nicht so ist es nicht das problem und ich weiß jetzt werdet ihr wahrscheinlich um mit kann 11 brand bist du bescheuert du hast doch da da hast du hast doch da noch Steine, warum, du hast doch eine Steilspitzsacke, warum benutzt du die Spitzsacke, ich möchte immer gerne erstmal alles aufbrauchen, so bin ich nun mal, und ja, nur so dass du ein Verständnis damit du Bescheid wirst, und ich würde mal sagen, dann baue ich jetzt hier auch schon mal 10 Blöcke noch da, 1, 2, 3, 4, und 5, und 6, die Spitzsacke ist übrigens auch gleich kaputt, ach hör auf, 7, 8, 9, 10, so, toll, ganz klasse, wie machen wir das jetzt, ich muss mal ganz kurz überlegen, dann machen wir hier jetzt auch einfach so, zack, Bombs aus, fertig, dann machen wir hier auch, ja, Erde leer, toll, ja, da können wir uns später drum kümmern, jetzt erstmal gucken, was ist das denn hier für ein Rohstoff, ach Granit, geil, 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 so sieht der Granit ja also aus, ja, Spitzsacke ist kaputt, ähm, nee, soll Spitzsacke noch verbrauchen, und dann geht's auch schon ran an die Steinspitzsacke, würde ich mal sagen, ähm, wir können das eigentlich auch schon mal in den Ofen craften, wobei, macht das jetzt so viel Sinn nie, aber ein Steinschwert würde Sinn machen, da können wir auch schon mal gegen ein paar Fischer kämpfen, haben gleich ein paar Experience, ähm, ähm, weißt du was, ohne Scheiß, mal ganz ehrlich jetzt, wir brauchen auch eine Holzspitzsacke, ohne Witz, so geht das doch schon viel schneller, ich weiß, eigentlich wollte ich das mal jetzt aufbauen, aber ist mir jetzt auch egal, ich mach das jetzt einfach so, oh, Alter, was ich mir schon wieder 10x10 ist, glaube ich, wenn ich erst mal viel zu groß bin, anfangen, aber, Wurst, 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 so ist das nun mal, zack, 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 kann ich auch gleich schon mal hier wieder ein bisschen Erde hinbauen, wo haben wir sie da, vier Erde, dann baue ich mal, ähm, hier wieder Erde hin, und, ja, ein bisschen fehlt noch, also ich meine, wir können jetzt auch noch hier ein bisschen Erde holen, da komme ich jetzt gar nicht so ran, toll, na, oh, Mann, Mensch, Menschenskinder nochmal, toll, jetzt bräuchten wir ja mit Steinwurst, Wurst, so, wo war das jetzt hier, die Stelle, hä, bin ich jetzt bescheuert, bin ich jetzt bescheuert, bin ich jetzt bescheuert, bin ich jetzt bescheuert, Alter, wo haben wir das denn, hier war das, ne, war doch hier, oder, hä, Alter, Junge, wie blöd, wo war das denn, hier war das, hier, oh, mein Gott, ey, oh, toll, springen hier noch runter, äh, Hölspitzsack ist schon wieder, äh, wo was, so, ich weiß, da war das, äh, Brand und Orientierung, Mensch, da freuen wir uns ja alle wieder sehr drüber, ich weiß, die Koppelstunden nerven bestimmt da jetzt eigentlich so, ne, aber, oh, ich dachte, ich schaffe das hier direkt rein, wäre natürlich auch geil gewesen, so, nun aber wieder zubauen hier, oh, toll, scheiß drauf jetzt, ohne Witz, ja, ich baue das hier noch ein bisschen weiter aus, würde ich mal so sagen, weil, ähm, ja, wir wollen ja, wie gesagt, so einen kleinen Unterschlupf drin haben, tut mir auch leid, dass ich schon wieder gleich mit sowas riesigem anfange, aber ich möchte hier auch nicht sowas kleines haben, also es wird auf jeden Fall nicht so wie unser Haus da in der Pocket Edition werden, auf gar keinen Fall, und, ähm, ja, zack, 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 hier könnte man eigentlich auch ein Fenster so reinbauen irgendwie, das könnte man auch machen, das wäre doch eigentlich auch mal ganz nice, und wir müssen unbedingt den Tempel da noch erkunden, unbedingt, das machen wir auch auf jeden Fall noch, würde ich mal so sagen, zack, 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 oh man, das dauert und das dauert und das dauert, zack, 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 ne, ne, wie viele Kobels wir jetzt auch schon wieder haben, ist unfassbar, hm, ja, jetzt muss man schauen, wann wir denn jetzt eigentlich mal, vielleicht wollen wir gleich schon mal so eine Mini-Höhlen-Tuh machen, dass wir einfach schon mal ein paar Rohstoffe haben, zack, 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 und Bäume finden wir auch nicht schlecht, weil so viel Holz haben wir jetzt auch gar nicht, und Holz ist auch nicht, äh, schlecht, Holz können wir auch immer gut brauchen, und, ja, also, ich würde noch mal sagen, ähm, wie gefällt euch so das PC, Let's Play, gefällt es euch, gefällt es euch nicht, und ich weiß, ich kann euch wirklich verstehen, wenn ihr sagt, alter Brand, der PC-Health ist doch schon längst vorbei, aber trotzdem, ich hab wirklich mal wieder Lust, das auch auf PC zu spielen, und wie gesagt, die Pocket Edition wird nicht unterdrückt, und einige haben sich das ja auch gewünscht, dass ich das mal wieder auf PC spiele, Minecraft, und natürlich werden auch noch Projekte wie GTA wiederkommen, und hast du nicht gesehen, und so, und ja, zack, 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 Mensch, jetzt kann das nochmal, das dauert aber auch, bis du hier mal so ein 10x10 Feld, ähm, ausgeräumt hast, Mensch, Junge, ja, ich, ähm, würde mal sagen, toll, jetzt ist sie kaputt, aber ich benutze es nicht, die Heutspitzhacke, weißt du, wer bin ich denn, ich, ähm, baue jetzt mal eben ganz kurz hier irgendwie so, ich baue jetzt erstmal hier in die Werkbank, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie, ach, die habe ich, glaube ich, hier irgendwo stehen, oder, habe ich die Werkbank hier irgendwo noch stehen, wo habe ich die Werkbank denn noch mal eingebaut, Alter, geil, hier kannst du eigentlich auch so Fenster machen, oder so Balkon, ja, mal ohne Witz, das kannst du als Balkon so lassen, oder, was hattet ihr davon, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ich würde mal sagen, ich mache das jetzt aber doch nochmal eben ganz kurz, ähm, dass ich in dieser Folge, wo habe ich denn jetzt die scheiß Werkbank hingestellt, bin ich jetzt bescheuert, keine Ahnung, wo die ist, ist mir jetzt auch Wurst, crafte ich jetzt eine neue Wurst, ich hoffe, ich übersehe die nicht, ey, wäre natürlich peinlich, so, oh, werf das jetzt einfach weg, was wollte ich machen, ich wollte, ähm, einen Ofen schon mal craften, und dann wollte ich auch mal sehen, dass ich jetzt doch nochmal kurz im Tempel reingehe, da, Ofen, zack, den brauche ich jetzt erstmal hier hin, und jetzt würde ich mal sagen, ähm, Steinschwert auf jeden Fall craften, weil das werden wir jetzt brauchen, wenn wir da reingehen im Tempel, das ist halt schwer, packen wir ihn außen vor, da brauchen wir es ja nicht, und dann will ich mal kurz sagen, ich schaue mal ganz kurz, wie sieht das denn aus, ach so genau, ich wollte hier Fleisch übrigens braten, zwei coole haben wir auch noch, das heißt, ähm, Ros, ja, ich packe mal das rohe Rindfleisch, packe ich jetzt hier mal rein, und zwar, erstmal Ros, Hühnchen essen, zack, 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 und hier Ros, Hamelfleisch auch nochmal essen, einfach damit uns auch Hunger gestillt ist, und, ja, hier Rindfleisch rein, Kohle rein, zack, so, und dann werden wir mal den Tempel mal kurz, ähm, ein bisschen erkunden, wo steht denn die Sonne, ähm, keine Ahnung, wo die Sonne jetzt ist, ich würde mal sagen, eben hier abschließen, kann natürlich sein, dass wir, ach guck, hier ist auch noch Kohle, kann natürlich sein, dass wir es jetzt nicht rechtzeitig zurückschaffen, Zuckerrohr haben wir auch gleich da, ja, es wird auch schon Nacht, äh, scheiß drauf, wir haben Kacktee, wir haben Zuckerrohr, alles hier, ey, wie geil, aber jetzt möchte ich da auf jeden Fall nochmal eben hin zum Tempel, Alter, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf, muss ich mal ganz kurz nachschauen, oh, Alter, Junge, sind wir echt schon bei 25 Minuten, da muss ich jetzt auch wirklich einen Cut gleich machen, sonst wird das echt zu lang hier, hier geht's rein, und jetzt müssen wir aufpassen natürlich, weil, jetzt müssen wir um draußen, um oben müssen wir natürlich sagen, hier, hey, pass auf, ach, das ist ein, das ist richtig steil, ich dachte, das wäre Wolle, da ist nämlich die Druckplatte, und das heißt, ähm, vorsichtig sein, bloß nicht auf die Druckplatte, bloß abbauen, das Ding, sonst explodiert nämlich unser schöner TNT, was da drunter ist, wo die Druckplatte jetzt hin, jetzt sagt nicht, das ist schon wieder gerade so am baggen, Smaragde, die haben, oh, wie geil, hab ich ein Glück in der ersten Folge, Junge, was ist das denn, wie geil, Gold, Eisen, oh, verrottetes Fleisch, ähm, kann uns höchstens helfen, wenn, oh, nee, Fakkel jetzt mal wieder hinstellen, kann uns höchstens helfen, wenn wir wirklich total am Verhungern sind, müssen wir natürlich sehen, dass wir auch wieder rauskommen, das TNT, das brauche ich jetzt aber noch nicht ab, was hier drunter ist, weil, äh, was soll ich denn da jetzt mit, ganz ehrlich, das können wir irgendein anderes mal abbauen, so, ich baue mich jetzt, äh, mit, ähm, Koppels wieder hoch, würde ich mal so sagen, müssen wir sehen, dass wir rechtzeitig wieder nach Hause kommen, so, was ist das für ein Stein jetzt hier, muss ich auch mal gleich gucken, ich weiß es jetzt gar nicht, ich kenne das mit diesem Tech-Shop-Pack ja auch nicht so richtig, mit, ähm, Spux Pupidu-Craft, so, jetzt, ähm, Schwert in die Hand nehmen und sehen, dass wir nach Hause kommen und unsere wertvollen Schätze erst mal, ähm, sichern, nach Hause in unsere provisorische erste Wohnung, sag ich mal, wir können natürlich auch in Dschungel ziehen oder so, keine Ahnung, aber dass wir erstmal hier uns eben so ein bisschen in den Berg reinbauen, da schon mal so ein kleines Heim haben, sag ich mal so, und, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wirklich, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier können wir natürlich wieder glassen machen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ähm, ich würde mich wirklich sehr gerne mal einen Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn nicht, dann halt ein Dislike und dann bitte auch konstruktiv begründen in den Kommentaren. Ja, und, ähm, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, ciao Leute, ähm, ich baue die Kohle da nochmal kurz ab oder wollen wir pennen gehen erstmal, wo habe ich das Bett jetzt, ach, das habe ich im Inventar, das stelle ich jetzt auch erstmal hier rein, pennen und, ähm, ja, die Kohle baue ich glaube ich nochmal kurz ab und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge auch schon wieder, ähm, ja, ich baue jetzt mal, guck mal, wie geil, hier ist so ein Aufgang, den können wir auch noch irgendwie beobachten. So, guck mal hier, was wir hier an Kohle haben, wie geil, auch wenn es jetzt nur zwei sind, besser als gar nichts. Ah, ich wollte ja eigentlich auch noch eine, ähm, Steinspitzhacke craften wieder, ne, habe ich ganz vergessen, glaube ich, oder? Ja, toll. Zwei Kohle, schon mal besser als gar nichts, ich glaube, das reicht auch für die drei, ähm, Fleisch oder was das jetzt war, die wir da drin haben. Zwei, okay, eins ist jetzt ja schon fertig. So, das sollte reichen. Ähm, hier gebratenes, ich esse jetzt nochmal eben ganz kurz ein bisschen, gebratenes Handelfleisch mit einem kleinen Ausblick auf die Wüste und auch nochmal ein Steak dazu in den Namen, in den Namen. Und ich sage nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen von der ersten Folge, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen, ähm, und ja, tschau Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Tschüss.